Lieber Gerald, die heutige Frage an dich lautet, was würde geschehen, würde würde würdevoll gewürdigt? Wahrscheinlich würde gar nichts geschehen, weil das alles nur Sprüche sind und es geht auch gar nicht darum, dass wir uns gegenseitig dauernd erzählen, wie wichtig es wäre, die Würde zu schützen und zu bewahren, sondern es geht darum, dass wir selbst, jeder Einzelne von uns, eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herausbilden. Und wenn ich weiß, was meine Würde ausmacht, dann kann ich darauf passen, dass mir keiner auf den Füßen herumtritt und diese Würde verletzt. Das heißt, jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, kann gar nicht mehr würdelos behandelt werden. Würdelos ist dann eigentlich derjenige, der das macht, weil der mich ja wie ein Objekt behandelt und damit das mit Füßen zu treten versucht, was meine eigene Subjekthaftigkeit ausmacht. Und wenn ich mir aber meiner eigenen Würde bewusst bin, kann er ertreten, so viel er will, das macht mir nichts. Klasse, ich danke dir. Es ist doch eigentlich so simpel und so einfach und trotzdem so schwer. Ja, weil es immer was mit dir zu tun hat und dann, man redet ja so gern über das, was die anderen alle machen sollen. Ja, das stimmt wohl. Statt bei sich selber zu sein und einfach mal zu gucken, hey, was kann ich tun, was kann ich gestalten. Ja, das wäre ein Anfang. Ja, da haben wir noch was vor uns. Halleluja. 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 Halleluja.